Man muss die kleinen Dinge im Leben genießen, wenn zum Beispiel verhasste Charaktere schreckliche Tode erleiden. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der erfüllendsten Momente in Game of Thrones. In dieser Liste sehen wir uns die Momente aus der Hit-HBO-Serie an, die Fans am besten fanden, egal ob tiefer Herzschmerz oder tödliche Vergeltung. Es versteht sich von selbst, dass die gesamte Liste ein einziger Spoiler ist. Spoiler-Alarm ist jetzt angesagt. Nummer 10 – Cercees Haft Von Anfang an zeigte uns Cersei Lannister, dass sich eine Meisterin im Spiel der Throne war. Sie war manipulativ und nichts konnte sie aufhalten, als es darum ging ihre Kinder zu schützen und ihre Feinde zu zerstören. Für die meiste Zeit konnte sie sich jeglicher Strafe entziehen, bis sie von dem Mann geschlagen wurde, den sie selbst zur Macht verholfen hat, dem eloquenten, aber fanatischen hohen Spatz. Zu sehen, wie sie weggeschleift wurde, wie die meisten ihrer Opfer, war geradezu erlösend. Sicher, sie rächte sich und tötete alle mit Seefeuer und folterte Septa Unela, aber wir werden es nie vergessen, als sie selbst ihre verdiente Strafe erhielt. Nummer 9 – Die Höhle Jon Snow hat viel durchgemacht, nachdem er Winterfell verlassen hat, doch gönnte ihm das Schicksal eine Pause, als er den Wildling Egret traf. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, haben sich die zwei dennoch ineinander verliebt. Der Kuss auf der Mauer war definitiv ein netter Moment, aber unvergleichbar zu dem Augenblick, als Jon seinen Schwur bricht und sie sich in der Höhle lieben. Es gibt definitiv eine Fülle an Sex in der Show, aber nur wenige dieser Szenen waren so süß und emotional wie die Höhle. Die Intensität der Szene und die Aufrichtigkeit zwischen Jon und Ygritte machen die ganze Angelegenheit nicht nur heiß, sondern auch wunderschön. Nummer 8 – Liana Mormont Die Person mit dem besten Auftritt der 6. Staffel war mit Abstand die junge Herrscherin der Bäreninsel. Ja, sie mag ein Kind sein, doch schon bald mussten wir feststellen, dass Liana Mormont mehr Schneid hat, als die meisten der Nordlords zusammen und dass sie sich nichts gefallen lässt. Sie war eine der ersten, die Jon die Treue geschworen hat, aber ihr größter Moment kam nach der Rückeroberung von Winterfell, als sie alle zur Rede stellte, die nicht den Starks beistanden, nur um sie zu motivieren, Jon Snow zum wahren König des Nordens zu ernennen. Für solch ein kleines Mädchen hat sie sehr viel Einfluss ausgeübt. Nummer 7 – Eine Krone für einen König Viserys Targaryen ist kein guter Bruder, egal wie man es betrachtet. Hinter seinem Namen verstecken, verkaufte er seine eigene Schwester im Tausch für eine Armee und glaubte, dass der eiserne Thron sein Geburtsrecht sei. Leider wurden seine Pläne zunichte gemacht, als Daenerys und ihr Dothraki-Ehemann Karl Drogo sich verliebten. Während einer Feier droht der betrunkene Viserys in einem Wutanfall ihr ungeborenes Kind aus ihrem Leib zu schneiden. Das erweist sich als tödlicher Fehler, da Karl Drogo diese Thron nicht wirklich gut aufnimmt. Seine Blutreiter brechen Viserys Arm, bevor er ihn niederhält und ihm die Krone gibt, die er schon immer wollte. Aus brennend heißem, geschmolzenem Gold. Das muss wehtun. Nr. 6 Vater und Sohn Tywin Lannister war beides, ein rücksichtsloser Tyrann und knallhart. Wir respektieren ihn natürlich für seine Befehlsgewalt und seine unerbittliche Hingabe an das Erbe seines Hauses. Die Art, wie er seinen Sohn Tyrion behandelte, war allerdings etwas, das die Fans einfach nicht verzeihen konnten. Sein ganzes Leben gedemütigt und verbal missbraucht, wurde Tyrions Grenze erreicht, als er begriff, dass sein Vater nicht nur zum Tode verurteilt hatte, sondern auch die Liebe seines Lebens Shae gegen ihn wendete und mit ihr schlief. Wie erwartet, war Tyrion von dieser Offenbarung wütend und niedergeschmettert und dies führte letztlich zu einer letzten Vater-Sohn-Konfrontation in einem stillen Örtchen. Ein Lannister zahlt immer seine Schulden. Nummer 5 Die purpurne Hochzeit Joffrey Baratheon wird in die Geschichte eingehen als einer der am meisten gehassten Schurken des Fernsehens. Seine sadistische Natur, Mordlust, Feigheit und der Missbrauch von Tyrion und Sansa wachen ihn trotz seiner Jugend zu einem absolut widerwärtigen König. Staffel für Staffel haben Fans sehnsüchtig darauf gewartet, dass dieser Bastard endlich ins Gras beißt und die Macher antworteten auf markante Weise. Am Tag seiner Hochzeit, während einer seiner normalen Tiraden erliegt der Kindkönig einem Gift, das als der Würger bekannt ist. Obwohl er einen härteren Tod verdiente, war der langsame Erstickungstod des Tyrannen, welcher seinen Körper als eine groteske Schale übrig ließ, rundum befriedigend. Nummer 4 Ende der Sklavenmeister Daenerys wurde in der Stadt Astapor von einem Sklavenmeister begrüßt, dessen Wortschatz aus Verleumdungen, Beleidigungen und Verhöhnungen ihr gegenüber bestand. Wir hatten alle den Eindruck, dass Dany keine Ahnung hatte, wovon er sprach und dass der Tausch eines ihrer Drachen auch für eine Armee wie die Unbefleckten ein großer Fehler war. Stellte sich heraus, dass Daenerys keine Nährin ist und den Sklavenhändler die ganze Zeit verstand, da sie fließend hochvalierisch spricht. Sie belohnt seine boshaften Worte, indem sie Drogon eine Feuerhöhle auf ihn und all seine Gefolgsleute speiern lässt. Nach dem Tod der Sklavenmeister marschiert Dany und ihre Armee von Unbefleckten weiter. Nummer 3 Die Rote Hochzeit Rechen Walder Frey etablierte sich schnell als einer der abscheulichsten Charaktere von Game of Thrones, nachdem er Robb und Catelyn Stark empfangen hatte und half, deren Tod zu organisieren. Ganz zu schweigen von Robbs schwangerer Frau. Die unerwartete Rache für die Starks kommt, als eine namenlose Mark Frey offenbart, dass sie seine Söhne getötet, zerstückelt und in einen Kuchen eingebacken hat. Diese Enthüllung folgte sogleich eine weitere, als sie sich als Arya Stark zu erkennen gibt, die anschließend ihre Mutter und ihrem Bruder rächt, indem sie Frey die Kehle aufschlitzt. Freys Tod und das Wiedererlangen ihres Namens mag lobenswert sein, aber sein Tod war besonders befriedigend. Nummer 2 Auferstehung Jon Snows Mord hat das Internet praktisch zusammenbrechen lassen, da die Fans gezwungen waren, auf die sechste Staffel zu warten, um herauszufinden, ob ihr Liebling wieder zum Leben erweckt würde. In den Köpfen eifriger Fans war Auferstehung keine Unmöglichkeit. Besonders nachdem wir sahen, wozu die Roten Priester dank der Macht des Herrn des Lichts in der Lage waren. Auf Nachdruck von Ser Davos versuchte Melisandre den gestorbenen Lordkommandanten von den Toten zurückzubringen. Leider schien die Rote Frau gescheitert zu sein und er wurde mit einem Blick auf Jons Leiche abgehandelt bis zum letzten Augenblick, als er den ersten Atemzug des neuen Lebens holte. Jeder atmete erleichtert auf, als Jons Augen sich endlich wieder öffneten. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. 1. Der Tod von Ramsay Bolton Man muss Ramsay Anerkennung zollen. Er hatte harte Rivalen auf dem Weg zum sadistischsten Antagonisten in Westeros. Trotzdem müssen wir diese Ehre dem Bastard verleihen. Er quält und kastriert Theon, missbraucht Sansa, verfüttert seine Stiefmutter und den neugeborenen Bruder den Hunden. Die Liste seiner begangenen Gewalttaten geht weiter und weiter. Jon dabei zu beobachten, wie er sein Gesicht blutig schlägt, ist ein Grund zum Feiern. Genau wie die Rückeroberung Winterfells, aber Ramses ultimatives Schicksal ist das Sahnehäubchen. Als Abrechnung für all den Schmerz, den er sie durchmachen ließ, entfesselte Sansa Ramses eigene hungernden Jagdhunde auf ihn. Wir alle teilten Sansas Lächeln, als wir seine Schreie hörten. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland. Stoßland